Ja, große Ziele erreicht man gemeinsam. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir auf dem unbebauten Grundstich gestanden sind und unseren Spatenstich gemacht haben. Es ist wahnsinnig schnell gegangen. Es war schon eine besondere Herausforderung, im Auftrag unserer Eigentümerfamilie das Fröschlhaus als Generalunternehmer errichten zu dürfen. Mein Name ist Josef Ascher, ich bin Abteilungsleiter Hochbau. Gemeinsam mit unserem tollen Team ist das, glaube ich, sehr gut gelungen. Diese Entscheidung war früher als gedacht, dass Platzgründen notwendig. Ziel war es, einen modernen Bau mit bestehenden und bleibenden Werken zu errichten. Das ganze Haus ist nach den Schulrichtlinien geplant. Das heißt, helle, großzügige, ruhige Arbeitsplätze. Die geringe Energie, die wir dafür benötigen, gewinnen wir mit unserer Photovoltaik-Anlage auf dem Begründenbach. Es wurden in Summe 180 Arbeitsplätze geschaffen. Hallo, ich bin der Alex, ich bin der Leiter der IP-Abteilung. Durch das, dass die Möbel mit übersiedelt worden sind, war das für uns eine Riesenherausforderung. Wir haben jetzt ein total einlässiges Büro, und das ist ein Riesenvorteil für uns. Hallo, ich bin der Gabor, ich bin für Controlling zuständig und darf ich haustechnisch hier mitbetreuen. Ja, hallo, ich bin der Christian, ich bin in der IP für Netzwerk und Security zuständig. Wir haben sehr gut ausgebauten WLAN im Gebäude und auch die Medientechnik in den Besprechungsräumen ist auf aktuellem Stand. Und so macht die Arbeit in der IP Spaß. Das neue Haus ist insgesamt grundsätzlich. Wir freuen uns, dass nun alle Mitarbeiter in der Tiefgrasche unseres neuen Büros parken können. Durch ihre Höhe von drei Metern ist es auch möglich, dass branchenübliche Fahrzeuge einfahren können. Zukünftig können noch mehr Fachschulungen direkt bei uns im Fröschenhaus angeboten werden. Die helldurchfluteten und unterschiedlich großen Besprechungsräume eignen sich hervorragend dafür. Wir haben Ladestationen für Elektroautos. Die lichtdurchfluteten Innenhöfe sind ganz direkt bespielbar. Ich bin der Clemens und ich sitze ich da im Fröschenhaus und muss sagen, die Freiflächen sind richtige Wohlfühloasen. Und bieten so Raum für die Kolleginnen und Kollegen, sich auszutauschen. In a little white house für unsere Kunden. Firma Fröschenvermittlung, grüß Gott. Ich bin die Susi von Empfang und werde mich sehr freuen, euch im neuen Fröschenhaus kennenzulernen. Wenn ich das Fröschenhaus in einigen Worten beschreiben müsste, wäre das effizient, umweltfreulich, hell, innovativ, solide, energiesparend, langlebig, modernster Stand der Technik, angenehme Arbeitsplätze, work-life balance, nachhaltig, ökonomisch, großzügig, modern, freundlich, monumental, zukunftsfähig. Danke an alle, das neue Fröschenhaus steht. Wir wünschen uns alle viel Freude damit.